Stimmt. Das müssen wir ja Piep sagen. Wir können ja so ein Video online stellen, wo die ganze Zeit so ein Clown rumtatzt und dann kommt irgendwie Michael Jackson wieder rumschreit oder so. Super. Äh, wo sind wir? Ach, hier sind wir. Zum. Ja, ja, wir sind zum. Ja, also irgendwas hab ich jetzt, irgendeine Mini hab ich jetzt getroffen. Jetzt, ich, ich hau dir ja ein Lamm ins Gesicht. Thomas Männchen sieht aus wie Tom Hanks mit den Helmen. Ah ja. Ich mach mal so ne Handbrücke. Ich spazier jetzt mal in der Weltgeschichte rum. Äh, da musst du ganz weit an dem Wüßbahnpunkt, muss ich da anfangen. Äh, und das noch Zeiten. So, Boosterchen, komm her. Die verbotene Mine hab ich ein Teil wieder reaktiviert. Hab ich gesehen, dass mehr noch... Ich hab still fertig geschrieben und du reißt es weg. Haha, das kann ich ja nicht sehen. Eigentlich wollte ich dir eh einen auf den Schädel hauen, aber naja. Also wir graben gerade ziemlich planlos hier durch und das ist bestimmt ganz spannend, wenn man da zuguckt. Aber wir sollten was anderes machen. Töne ich. Wir sollten mal irgendwie einen Plan machen, wir sollten mal irgendwas bauen. Genau, zu einem neuen Plan. Ja. Noch ne Mine. Ach nein, jetzt fahr ich wieder runter. Leck mich doch fett. Bist du wieder runtergefallen? Lebst du noch? Äh, lebst du noch? Ja. Vor allem mit meiner Internetleitung, das setzt das Ding immer wieder zurück, weil's so zu schnell... Ja, bei mir auch. Wo ist denn dieses Loch, wo der reingehüpft ist? Hallo? Ach, ja doch. Wo war denn dieses komische Loch, Daniel, wo du reingehüpft bist? In welches Loch, hä? Ja, gerade eben. Ich führte dir kein Loch rein. Du bist doch so schön tief gefallen. Echt? Hast du doch gerade eben gesagt. Mh, nee. Doch, oder? Hast du noch irgendwas von deiner Internetleitung gefaselt? Hab ich eigentlich... Ah, ich bin mit, äh... Mit, äh... Mein Card bin ich gefahren. Ach so. Dachte, du wärst mir in die Internetleitung gefangen. Brauchst du ein Redstone-Kabel? Ich habe Redstone-Kabel dabei. Wenn wir vorhin was vor gefaselt haben. Also, jetzt haben wir hier ungefähr 125 verschiedene Gänge gebaut. Dann könnt ihr ein Gewinnspiel machen. Jemand, der sich hier auf Anhieb zurechtfindet, nur durchs blöde Video gucken, äh, der kriegt einen feuchten Händdruck. Und zwar von uns. Äh, ich will nicht wissen, woher ihr eine feuchte Hand habt. Diesen Kommentar hab ich mir gerade vergriffen. Wo seid denn jetzt, wo Kasper jetzt? Hier nimmt Darkroom nicht. Ja, du musst da weiter gehen. Hier ist Lava. Wow, hier ist viel Lava. Äh, du weißt doch, da wo du deinen Eingang gegraben hast. Mit den vielen Lichtle davor, da sind wir gerade. Hier ist viel Lava. Ach, da. Wo ist Lava? Da ist doch nirgendwo Lava. Oh! Äh, da ist Lava. Hallo Daniel. Dann möchte ich mir sagen, grab ich doch einfach mal hier Richtung. Man tust wieder TNT platzieren. Ich hab keinen TNT. Ja, geh doch zu der Kiste, da war doch noch welches. Sieht aber toll aus hier. Ja, das sieht so spannend aus. Weißt du was wir noch mal haben? Ich hab Eisen gefunden. Wir sind auch noch ein bisschen so. Was ich schon mal gesagt hab. Aber wir könnten ja langsam mal anfangen, irgendwas zu bauen. Ja und was? Was weiß ich? Eine neue Minecart Strecke. Damit man sich da noch weniger zurechtfindet. Unseren dämlichen Minecart Bahnhof fertig. Oder wir bauen ein World Trade Center. Ein World Trade Center. Aus Burggestein. Ja, irgendwie so. Kann man ja gleich machen. Ich hör Wasser. Ja da. Ich nicht. Doch. Geh tief. Doch, jetzt hör ich Wasser. Mit TNT hätten wir die Frage schnell geklärt. Äh, Diamanten. Nein. Bluestone. Er hat mir eine Redstone Lampe hingemacht. Irgendwann hat mir da mal Redstone Lämmchlein hingemacht. Lämmlein. Ich höre Wasser und glaube ich ein Skelett. Und da unten ist Kohle. Da liegt das Geld nur so rum. Ich habe... Ja, ich glaube das ist ziemlich direkt vor mir. Welche? Ich will TNT. So. Ich will TNT. Hier ist mal ein super... Spezialer Eingang, der kaputt ist. Äh, ich hab Lava gefunden. Thomas, komm mal her. Komm mal ganz schnell her. Komm mal ganz schnell her. Komm mal ganz schnell her. Komm mal ganz, ganz, ganz schnell her. Ich hab da was gefunden, was unten so einen Moosstein hat. Och, hm. Ich hör aber gar nichts. Ich geh mal eben schnell TNT holen. Hier, guck mal da. Ich geh mal ganz schnell TNT holen, okay? Ich hör aber nicht. Ich hör was. Ich geh mal ganz schnell TNT holen. Ja. Und zwar... Schon ein bisschen. Versucht, äh, grad mal irgendwie so 10 Blocks nach oben. Äh, wo muss ich jetzt lang? Hier. Oder? Ja. Ah, Angst. Ich bin... Ah, ich hab euch gefunden. Ja, pass auf. Wir haben jetzt was ganz, ganz Wichtiges vor. Da ist was Böses. Da sind, äh, Grab jetzt nicht einfach blöd... Grab jetzt nicht einfach blöd irgendwo durch. Also Thomas, ja, grab dich nebendran durch, genau. Weil, äh, dann machen wir hier. Ramba, Zamba. Wie letztes Mal. Weißt du, man kann die Decken ja wunderbar mit TNT... Guck mal Daniel. Du weißt, was dieser Raum bedeutet hier. Mach das bloß nicht weg. Ja, ja, das sind, äh, Dingens. Respawn. Ja, von Zombies. Zwar ganz wichtige. Thomas, wo grabst du da hin? Keine Ahnung, einfach weiter. Äh, ne, wir wollten die doch ausräuchern. Ja, aber ich mach halt Wegrennenweg und so. Wieso Wegrennen? Äh, gut. Nein, 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 das soll... Das sollte man nicht wegmachen. Also Daniel, wir wollen das jetzt mit TNT ausräuchern. Das haben wir irgendwie schon mal gemacht. Okay, ich hab die Decke gefunden. Angst. Hallo Thomas. Oh. Oh, guck mal, hier ist das Eisen. Oh, sag mal. Du musst dir doch nicht schlagen, wenn du Eisen findest. Oh, guck mal, hier ist das Eisen auch. Thomas, ich hab irgendwie Angst. Hier sind Zombies neben mir. Oh. Ich hab das Gefühl, die können... Äh, wie hast du dich da hochgebeamt? Ich? Ja, komm, hier, geh mal ein Stückchen. Hier drüben ist doch eine Treppe, du Pfeife. Hier, guck mal, da ist eine Treppe. Da kann man sich hochtreppen. Ja, Harzentreppen. Ja. Also das müsste... Also so willst du es ausreichern. Ja, das ist jetzt ungefähr direkt drüber. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt nach unten graben müssen. Ja, das probieren wir jetzt einfach aus. Nein, stopp, 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 stopp. Wir graben gerade noch zwei nach rechts. Und dann... Ich grabe jetzt... Warte mal. Ich grabe jetzt einfach mal zwei nach unten. Um zu gucken, wo dieser dämliche Raum ist. Äh, wo dieses... Also von der Ebene... Ich hab ihn gefunden. Nein, nein, scheiße weg! Oh, das war knapp. Also der Scheiß ist hier. Hier. Dann lass mal da... Äh, ja. Sollen wir da uns noch den Raum jetzt freilegen? Hier. Und Dings drüber bauen? Äh, eine Plattform, wo wir TNT runterschmeißen? Oder sollen wir TNT einfach auf ein Dach befestigen? Schmeiß einfach irgendwie runter. Ne, stopp, ich mach... Hier, komm hierher. Ich mach da nicht auf. Was denn, Daniel? Ich hör vor allem zum... Hast du jetzt aufgemacht? Schmeißt doch hier rein, wo ich bin. Nein! Nein, mach das Ding zu! Ja, komm her! Nein! Die kommen doch nicht raus. Komm her! Ja, wenn wir jetzt hier... Ja, wenn wir jetzt hier den Scheiß aufmachen, dann sprengt's die Wand weg. Dann treffen wir unter Umständen nicht den Mobspawner. Mach das Teil nochmal eben zu. Wo ist denn der Mobspawner? Der ist ziemlich mittig, deswegen wollen wir ja hier irgendwie nach unten graben. Wir machen jetzt einfach mal diesen Raum voll TNT. Da wird schon irgendwas kaputt gehen. Wenn nicht, haben wir erstmal Probleme. Geh weg, geh weg, geh weg! Hack da nicht rum! Geh weg! Daniel! Wenn du jetzt auf das TNT draufhackst, dann bist du im Arsch. Mach voll voll! Mach voll! Also irgendwie so... Menschen aus Hessen vertraue ich nicht. Und das hier drunter ist auch alles TNT. Okay, möchtest du in die Luft jagen? Also erst, wenn ich hier weg bin? Hier, hier, wo ich bin, das ist ziemlich gut. Da ist denn geil! Okay, dann hau mal in die Luft. Hast du gezündet? Thomas, ich glaube, ich bin dafür, dass wir hier zugraben. Hallo? Du hast nicht gezündet, oder? Einfach einmal draufhacken. Oh, scheiße! Hack einfach einmal drauf! Hab ich jetzt. Jetzt würde ich da weggehen! Ah, jetzt. Ja, LOL! LOL! Oh, guck mal! Da vorne sehe ich gar nichts mehr! LOL! Bist du respawned? Daniel, bist du respawned? Ja, bin ich! Ja, der ist... Ähm... Der Raum ist weg, oder? Ja. Oh, äh... Ja, der ist... Der ist gut weg! Oh! Das ist Gold! Ja... Ja, der ist weg! Ey, wieso rennst du da erst eine halbe Stunde später los? Ah, jetzt habe ich hier immer so eine Art Treppe... Ähm... Ja, da ist Wasser... Und da ist... Meine Fresse! Hehehe... Oh! Äh... Entschuldigung... Hehehe... Daniel, was war das grad für ne Aktion? Ey, keine Ahnung... Ich hab's erst gesehen, als es zu spät war... Ey... Wo bist du gerade? Ah, du bist da unten... Da oben irgendwo... Dein Zeugs ist jetzt, glaub ich, im Arsch! Hehehe... Ich hab Eisen gefunden... Juhu... Dein Zeugs ist im Arsch! Aber definitiv... Ja... Ist meine Eisenhacke... Äh... Ehm... Meine... Also der Raum ist vor allem ein bisschen größer ausgefallen, als ich gedacht hab... Hammernazu! Hammernazi! Da ist Wasser, da drüben ist Lava... Hm... Jetzt kommt wieder diese schöne Minecraft-Musik... Da... 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 Denk ich immer dazu, um meine Familie nachzudenken... Jetzt setzt ihr die Musik nicht auf einmal mitten im Leben ein... Naja... War... War hier mal der Raum? Ja... Der war da... Ähm... Ja gut... Brennt sich hier bei dir noch? Ich hab nicht die Grafik... Ja, da war der Käfig mal... Der Raum, der war ungefähr so dreimal... Ne... Äh... Irgendwie... Irgendwie... Hier ist Wasser... Ich seh' ihn aushängig... Hier ist ne Treppe... Wir können auch ein Lämpchen daneben aufhängen... Okay, hier ist... Also provisorische Treppe halt, aber... Oder hier... Das sei der Fantasie überlassen... Daniel, du brauchst Werkzeug... Bleib mal stehen... Ähm... Schon... So ne... Hacke wäre mal ganz gut... Du hast jetzt wieder Ausgang... Ich bin irgendwie... Dann bleib halt mal irgendwo stehen... Wo ich das Zeug ziehen kann... Ähm... Ich hab noch... Da hast du ne... Ich bevorzuge dann noch den direkten Weg... Ne Eisenachst... Und jetzt hab ich die glaub ich gelaufen... Die liegt da unter dir... Warte mal... Ja, ich hab, ich hab, ich hab... Da ist noch ne Schaufel hinter dir... Nimm da... Hinter die Schaufel mal... Äh... Aua... Aua... Weg da... Thomas ist manchmal aggressiv... Weißt du... Gib her, ich geb dir ein Fleisch... Frag mal, ob Thomas weiß, was ADHS heißt... Jetzt nimm halt dein Fleisch, man! Nein, die Entschuldigung... Du nimm mich nicht an! Weißt du, auf dem behinderten Parkplatz... Auf dem behinderten Parkplatz parken... Was haben sie für ne Behinderung? Tourette, du blöder Arsch! Ey! Ja... Der war schlecht... Äh... Irgendwo ging's dann hier auch mal zurück zu unserem Hauptquartier... Ja, das ist jetzt... Äh... Ich glaub, wir müssen erst hoch... Oder der hier... Ja... War das nicht der Gang... Das war der Gang hier... Das war... Ein Fluchtweg... Thomas, hier ist der Gang... Da, wo Daniel grad ist... Hier geht's doch wieder hoch... Dann machen wir da wieder hin... Dann machen wir da wieder hin... Äh... Wo, warte? Hier... Ja, ja... Das ging dann hier wieder zurück... Und dann ging's irgendwo... Ging's mal... Ja... Hier rüber... Da hinten ist sehr viel Lava... Oh! Ne, da ging's nicht lang... Ich glaub hier... Ja... Wir sollten hier mal irgendwo zur Zwischenbasis bauen... Wow... Oder wir sollten mal an... Sollen wir mal oben anfangen mit dem World Trade Center... Oder was? Ja... Also ich würd sagen... Wir holen... Wir hüllen die ganze... Die ganze Welt hier aus... Bis auf eine Ebene... Wir können den ganzen Scheiß auch so weit aushöhlen... Dass wir nicht so viele Gänge haben... Und dann mal so ein... So einheitliche Räume schaffen... Das wäre doch eigentlich auch ein Vorschlag, oder? Vielleicht viereckige Räume oder sowas in der Art... Oder sollen wir so eine Art Basis unten hinbauen... Wo wir die Lava mit Glas zugeglast haben? Zugeglast... Ja, das war ganz gut... Wo waren das nochmal... Hier... Ah ne... Doch, über die Brücke rüber... Hier... Hier, Daniel... Hier... Über die Brücke hinüber... Und dann ging's hier irgendwo lang... Und dann ging's hier... Entweder es ging hier hoch... Nein... Hier ging's lang... Hier ging's lang... Und dann ging's hier runter... Und dann ging's diesen Gang ewig weit lang... Und da steht ein Skelett... Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Und dann sind wir hier auch schon da... Hier sind wir... Seh mal... Geh weg!